Musik Hi, ich bin Max und ich bin euer Moderator hier beim Lauf rund um die Talsperre Malta. Ich habe mich gerade schon mal ein bisschen warm geschwommen und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke. Ich habe mir jetzt meine Jogging-Klamotten angezogen und werde jetzt gleich mal die größte Herausforderung beim Malta-Lauf am 13. Juli 2019 trainieren. Kommt mit! Bei einer Strecke von knapp 7 Kilometern muss man topfit sein. Deswegen sind einige Jogger schon fleißig am trainieren. Ich glaube, hier kommt gerade der Jogger, der ordentlich trainiert bereits für den Malta-Lauf. Hey, ich habe gesehen, du hast gerade die größte Herausforderung des Malta-Laufs bewältigt. Wie war es denn für dich? Mit einem kleinen bisschen Training ist das kein Problem. Ihr seht, der Malta-Lauf ist für jeden mit ein bisschen Training zu bewältigen. Seid auch dabei am 13.07.2019 hier rund um die Talsperre Malta. Musik 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 Musik